einen schönen guten abend ja so viel muss man erst mal sagen bevor man sagt dass es ein wunderschöner abend ist und abseits der dinge die wir sonst so tun dachte ich mir mal wir machen mal was neues und nehmen ein bisschen an musik und wir hören heute bitburner bitburner draußen ist nacht genau den den findet ihr bei soundcloud bekannt geworden ist ja durch ein lied welches jetzt gerade aktuell eher als zweites dann angespielt werden wird hoffe ich ansonsten muss ich da noch mal hin und noch mal was dran ändern so uns fehlen noch jede menge kisten uns fehlt noch so einiges hier an der neuen location in dem berg den wir uns jetzt mal umbauen werden aber da macht es sowieso nichts machen kann kann ich mich auch noch mal hinlegen und viel wichtiger als ich virtuell in die kiste zu hauen ist ja eigentlich im realen leben noch einen schluck zu trinken weil dafür hat man ja vorher keine zeit und ja mein inventar ist ein bisschen durcheinander mag daran liegen dass wir irgendwann mal wieder verreckt waren und ja wir sind immer noch hier in diesen wunderschönen wunderschönen äckchen unser dream chunk und werden jetzt hier unsere basis hier so rüber bauen in diesem berg das werden auch den blick hier zur seite haben wir schon angefangen bisschen aufzufüllen und hier geht es dann wieder ein bisschen runter da geht es ja hoch und dann geht es wieder runter die frage ist ob das hier so bleibt oder ob wir hier noch geradeaus rausgehen das weiß ich noch nicht und dann hier so eine art wendeltreppe rechts links dass man hier hoch kommt zu diesem wunderschönen wunder wunder wunderschönen sonnengang und ja das glas berurzelt bereits im ofen das heißt wir können es dann demnächst mal setzen und ja eigentlich wollte ich noch ein bisschen was über bitburner erzählen aber warten erstmal das ist schon vorbei na mal gucken natürlich funktioniert das nicht wieso sollte es auch so dieses lied kennen wir alle das ist jetzt wieder leiser ich hasse chiptunes schwer dafür die richtige lautstärke zu finden so ja hier kommt alles glas und hier weiß ich immer noch nicht so ganz was ich mache remember don't shoot the food don't shut the food um dem jetzt noch kein licht aufgegangen ist dem empfehle ich eine suche bei youtube nach mojan mojan krips 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 da ist das auch als hintergrundmusik gesetzt und ja da ich auf krach stehe passt das auch ziemlich gut in mein gesamtkonzept sehr schöne musik sehr schönes niedchen da muss nämlich kabel rein da muss clean stone noch in die wände machen wir dann alles gleich während wir fröhlich weiter von landet sind ich sollte mal wieder für ein halbes jahr aufhören hier let's plays zu machen habe ich mehr zuschauer habe ich festgestellt so die kartoffeln ich müsste mal langsam warte mal mache ich jetzt gleich hier aber eine kiste gehen mal so ein bisschen zeug rauswerfen dass wir sowieso nicht ständig jetzt mit uns rumführen müssen weil wir ja jetzt gerade nicht so wirklich auf expedition gehen später dann noch mal aber jetzt gerade nicht stein die wirk so besser fühle mich schon erleichtert ach die waren alle voll ist klar so ich könnte es aber eigentlich mal ausnehmen habe ich das hier fertig okay den Rest jetzt erstmal nicht ja und das ist noch die frage ich glaube ich mache das hier wirklich als kompletten glaskasten brauchen dann auch noch einen eingang oder ausgang hier nach oben aber der kommt später wer kennt das spiel aus dem das sample ist das ist jetzt die frage wer kennt das spiel aus einem land vor eurer zeit wahrscheinlich damit ist wahrscheinlich genau meine zeit ich kenne das lied hier äh das spiel das gesuchtet gesuchtet ich bin mir gespannt auf eure kommentare also auf deinen kommentar deinen ganz persönlichen weil du schreibst ja mal einen kommentar im gegensatz zu einem anderen das ist so cool dass du das tust so da war es auch schon vorbei das erste liedchen playlist ist auch wieder eine stunde lang das ist so die anvisierte aufnahmezeit für heute so das ist nur noch die frage ja also erstmal kann ich das hier wegräumen und ich wollte ja da stein machen hatte ich ja gesagt so so stein ist okay jetzt noch uns abzurunden morgen machen ja ist okay so und hier sehen wir ja schon dass wir da eigentlich schon fast wieder draußen sind aus dem berg und eigentlich schon fast können wir ja ersetzen durch machen was richtig sind wir eigentlich mal richtig raus aus dem berg hier eh nur aufgeschichtet in der hoffnung dass ich auch im berg bleiben kann aber der berg ist doch anders als ich dachte von daher gönnen wir uns hier mal einfach eine kleine sektion also so ein klein balkon sektion ist jetzt auch wahrscheinlich die gar falscheste formulierung die man wählen konnte aber man könnte ja sonst nix und ja wir müssen ja entscheiden wir müssen ja nachts raus wir müssen monster slayen um erfahrungspunkte zu sammeln um dann zu entscheiden ist mir auch wieder aufgefallen dass wir das alles eigentlich machen müssten aber 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 so früher damals in den guten alten aufnahmen ja in den guten alten aufnahmezeiten wo war ich ich habe mich selber abgehängt tut mir leid ich bin auch nicht so ganz anwesend ach so ja da ich das ja nachher gleich noch hochwerfen werde entschuldige ich mich schon mal dafür dass gestern respektive vorgestern für euch wahrscheinlich dann beim gucken es keinen cast gab aber ich bin echt aktuell ein wenig eingespannt so dass es leider dann nicht so wirklich das zeitfenster gab in dem ich gestern noch casten konnte außerdem guckt ja also es erwartet ja auch niemand mehr dass ein cast stattfindet und es hätten dann auch wieder nur fünf leute zugeguckt und ehrlich gesagt da habe ich mir also überlegt ob ich mir das jetzt antun und dann dachte ich so ach gehst du mal lieber pennen ja so alt bin ich geworden nee keine ahnung da ist einfach echt viel aber ich hoffe dann natürlich immer auf die zukunft zukunftsfreude sowieso das beste oder wie andere sagen die hoffnung stirbt zuletzt so das sieht scheiße aus aber man könnte noch abseits dessen was ich jetzt schon gemacht habe das so machen ich sehe das wenigstens so aus als ob die platte vorne irgendwo auf liegt ich mache es hier so ja auf jeden fall ist da schön hell dann von oben ja ist okay und die ist naja das können wir hier so machen so balkonie ja und das ist jetzt hier auch schon wieder vier breit was eigentlich drei breit sein sollte genau dann geht es nämlich hier weiter habe ich hier eben cleanstone gesetzt ich hoffe doch nicht ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern ist auch immer freundlich von euch wenn ihr mir fragen beantwortet die ich so während der folge sehe und dann lade ich die also schalte ich nach einer woche frei und weiß gar nicht mehr was ich gefragt habe und ja wir hören immer noch ja danke gehören wir hören immer noch bit bit burner aber 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 mit einem lied was also all you do is jump heißt das lied ich bin mir jetzt gar nicht sicher ob ich jetzt jeden einzelnen track von ihm namentlich nennen muss da bin ich mir gerade also es steht ja da attribution also der künstler muss auf jeden fall genannt werden und wenn ihr bei soundcloud euch all seine werke anhören würdet und zwar vor allem diese jene jene welche die entsprechend als downloadbar markiert sind habt ihr glaube ich dann alles gehört was ich hier so ja nicht alles aber das meiste von dem was ich hier so mache und das können wir hier raushauen das macht keinen sinn machen wir das lieber so genau schön na ist doch hübsch so genau das kann man hier so ach das sieht einfach scheiße aus die gehen weg die brauchen wir nicht mehr ja so ist das doch gut oder mit dem balkon hier ist doch hübsch und da könnten wir jetzt auch schon wieder runter graben und hier drunter noch eine ebene einziehen zwar hier irgendwo durchgehen aber das machen wir später boden immer schön aus kabel jetzt bis auf hier diese zwei stellen korrigierend eingreifen so besser hier drüben wird es ein bisschen langweilig also vor allem jetzt auch mit der reihen glas decke wenn ich hier wieder balken rein machen sieht man wieder nichts mehr also falls auch hierfür eine idee hat kann er ja aufs bitte aufs video referenzieren auch auf die stellen habe ich eine chance meine frage die ich mir selbst stellte oder euch stellte auch beantwortet zu wissen soweit zumindest die theorie wenn ich das jetzt hier raushaue wieder die glasblöcke dann habe ich ja wieder ja nichts mehr ich habe überlegt ob ich zumindest hier die seite also ja ich könnte jetzt die zweer die ich über habe ich ihn dahin machen und ihn dahin machen wieder als befestigungspinnöckel da oben ja keine ahnung ich hoffe auch dass hier nichts reinhüpfen kann und nicht spawnt und so ja außerdem freuen wir uns alle auf das minecraft 1.6.0 oder punkt 1 mal sehen was denn die version ist die wirklich rauskommt update pferde basierend auf der arbeit auf dem code von dr dr z dr irgendwas dr irgendwas mit z glaube ich hat nennt er sich der typ der mo creatures gebaut hat ziemlich coole geschichte man so und deswegen eigentlich da nach oben das ist bloß die frage wie ich das hinkriege äh nein so kriegt das nicht hin so will ich das vor allem nicht hinkriegen so die sache wäre ja die wir würden jetzt hier dreier durchgang machen genau hier ja und bestimmt habe ich das hier auch mit clean stone nachträglich ausgekleidet ich weiß aber ist mir jetzt auch egal müssen ja irgendwo durch so das ziehen wir jetzt einfach mal ein ganz schönes stück weit durch den berg hier dieses gängchen um dann von oben schräg drauf graben zu können soweit der grobe plan so und wir hören immer noch bit burner mit dem lied chip lifter und ja sind mal ganz andere klänge aber ich habe ich habe sowieso was in planung ich habe was gefunden das so ja und für alle die sich mehr live streams wünschen vielleicht später wieder aktuell eher die let's play schiene also wer die live streams vermisst den empfiehle ich erst mal das let's play interaktion können wir auch mal machen es wäre auch möglich irksessions oder irgendwas zu machen so pseudo interaktion dem wäre ich durchaus nicht abgeneigt aber aktuell passt das einfach besser so in ins konzept in die mir zur verfügung stehende zeit aktuell und außerdem habe ich auch ein bisschen spaß dran gefunden das ist halt ja ich habe ja auch software ich habe auch da software also software habe ich da ja ich müsste auf den gang schon stoßen vielleicht muss ich dann die ein bisschen anders aus bisschen anders ausheben aber es würde schon gehen so und ja so natürlich ausgehöhlter berg den wir jetzt voll bauen wäre natürlich irgendwie einfacher aber wartet mal 100 folgen ab da ist der berg hier komplett aus das ist ein bisschen anders aus cobble stone free area area cobble free yeah so stickies Eisen so Ja, und Materialien, ich glaube, ich komme nicht umhin, da nochmal rüber zu gehen, also zu unserem alten Heimat-Örtchen. Ich glaube, so ganz kann ich es da drüben auch nicht lassen. Aber es ist jetzt erstmal doch eine nette Alternative zu dem, was wir drüben gemacht haben. Nicht. Nee, wir haben ja erntet, Erntemaschinen habe ich gebaut und so, Allet Offline.